Neuer Coach der U17 Mit Spannung wurde das erste Spiel der U17 des FC Bayern unter Trainer Miroslav Kloser erwartet, und nach der Partie zeigte sich der Ex-Nationalspiele gelöst. Miroslav Kloser ist mit einem Sieg als Trainer der U17 des FC Bayern gestartet. In der ersten Partie der neuen Saison in der B-Junioren-Bundesliga-Süd-Südwest gewannen die Münchner am Samstag an ihrem Campus gegen den SVW in Wiesbaden mit 3.1, 1.0. Durben Rhein, 39. Minute, Malik Tillmann, 62. und Marcel Sieghardt, 65. erzielten die Tore für die Gastgeber. Nils Kohlbacher traf für Wiesbaden, 77. Die Vorfreude und das Kribbeln vor dem Spiel waren groß, umso schöner ist es, dass wir uns auch mit drei Punkten belohnen konnten, sagte Klose, Fußball-Weltmeister von 2014. Wir sind natürlich sehr froh über den Auftakt Sieg. In der ersten Halbzeit hat unser Ballbesitz-Fußball noch nicht so gut geklappt, der zweite Durchgang war dann aber deutlich besser. Der 40-Jährige hatte Anfang Juli das Nachwuchsteam des Rekordmeisters übernommen. Klose, der zuletzt zum Trainerteam der Nationalmannschaft zählte, hat bei den Bayern einen Zwei-Jahres-Vertrag. Von 2007 bis 2011 lief der 137-malige Nationalspieler als Profi für die Münchner auf. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns beim nächsten Mal.